Ich bin schon gegrüßt. Anne! Anne! Guten Job! Ist gut, jetzt. Nene, Sepp, das ist so, wenn wir jetzt wieder hoch in die Eingangshalle gehen, dann reden wir alle nur noch spontan über die Quantenphysik. Ach, Quantenphysik. Ja. Und hier in dem Channel ist halt... Ja, Niveau ist nicht da. Niveau ist... Ist zu Hause. Hat Urlaub. Hör auf mich zu treten, du Sack! Oh, Feindamme! In dem, Geißer! Warte, ihr seid Tiger, ne? Uppercut gegeben, noch eine schön senkrecht in die Fresse. Dann fängt er an mit... Und dann fängt er an mit seinem Linksklick rumgesperne. Ja, das stimmt. Zack, zack, zack! Aber mitten in die Fresse rein! Alle, wir lachen in die Fresse! Mitten in die Fresse! Das Motto des... Das Motto des Arbeits ist... Titten! Titten! Oh, ich hör' ein Schwan! Äh, ein Pelphin! Es muss jetzt! Jawoll! Oh Gott! Da walscht er ihn einfach nieder! Mischst du normal mit Schwert oder Faustkant? Da walscht er ihn einfach nieder, weisst du? Da walscht er ihn nieder! Einfach... 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 Was? Was geht mal hier? Jo! Du bist offen! Du dummes Häuschloch! Du Christus! Wie er denn lauft? Wie er postet er? Wie er denn postet er? Wie er denn postet er? Was geht denn? Nein! Der lacht ja so scheiße! Wieso hab ich sich so konzentrieren? Du scheiße! Musst du... Musst du zonksläufig mitlachen, ey! Der kann ja gar nicht mehr! Der ist ja fertig mit der Welt! Wie ist das denn? Der ist ja... Der ist ja... Der ist ja... Was geht denn bei ihm? Das ist... Das ist... Liebe Leute, ne? Das kann nur Shiveriel! Jemanden so zum Geiern bringen! Ey, ich bin nicht dabei, ey! Nein! Nein! Fuck! Grastricht! Warum triffst du mich eigentlich immer? Das kann! Ey! Ey! Ey, weißt du... Das war... Das war grad so... Tau-Tau nimmt die Fäuste aus und sagt... Okay, mach mal Faustkampf! Und ist er vor mir drinnen! Dann nehm ich zieh das Schwert und zieh meine ab! Ich hab jetzt mit Gas zerstört! Denk hier, du Arsch! Du bist Gas zerstört? Ja! Du Idiot! Oh, meine Lunge! Der klipperts auch noch! Alter, was hast du denn gemacht? Ey, hör auf! Alter, was geht denn hier? Wuaah! Hahahaha! 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 Mann! Er haut mich und trifft mich immer! Was kippt denn? Ich muss ein Bier trinken! Hast du was? Hahahaha! Ich bin so unglaublich, wie viele Menschen immer diesen Rückschwinger verraten. Hahahaha! Hahahaha! Dann rennen die mir immer vor rein, ey! Warte, ich muss die Fäuste suchen! Wenn du mir Kombo machst, dann haut der von rechts und haut direkt von links, ohne nochmal das Thread anzusetzen! Hahahaha! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Hm? Aus jetzt! Aus! Boah, der Penner hat angepasst! Aus! Hör auf! Alter, wie ein Hund ey! Aus! Aus! Los, Junge! Aus! Mein Hund legt hinter mir und auf mein Bett! Nein! Warte, falsche Taste! Und der denkt sich grad, Alter, was ist das denn von mir, ey? Ah! Ich hab das Mühe und wir sprechen und wir lassen sich nicht! Jawoll! Jawoll! Ich hab die Musik! Ich hab die Musik! Ich hab die Musik! Es war so knapp, ne? Alter, ich leg dir doch nur scheiße am Bett rum! Was willst du über von mir? Boah, es war so knapp! Ach, ich schließe mal! Weißt du, Spanier, komm mal herren! Ich bin Spanier jetzt! Leg mich doch am Arsch! Nein! Ja, okay, dann spiel ich gegen Westen noch da! Nee, dann spiel ich jetzt gegen Player 836! Dann spiel ich gegen Spanier! Wo ist Spanier? Spanier? Nee, dein Hund denkt sich gerade, Alter, morgen gehen wir in den Hundepark und dann setz ich hier den größten Haufen hin, den du wegmachen darfst, ey! Nix da, dann lass ich den liegen, Arschlecken! Arschlecken, salala! Der hat so voll ne Tretmine, aber wahrscheinlich! Ja, da darfst du rein! Der Hund schreit mir einfach hinzu! Genau, ich komm morgen rein zufällig nach Mannheim und geh spazieren! Nix in Mannheim kannst du von mir aus gehen, oder? Der kann einfach nix hier! Wo ist TauTau? Wo ist er? Ich hab ihn gerade niedergemäht! Oder ist er da? Ah, ich krieg die Scheiße nicht weg, Hilfe! Komm schon! Ähm... Äh... Achso! Hm... Was machst du denn? Ich suche meine Waffen! Wo bist du denn? Ich hör dich nur lachen! Oh, jetzt haut er wieder, da geh ich auch! Komm, wir gehen! Komm, wir gehen! Wir gehen Kaffeekränzchen machen! So, ich hab TauTau mal eben besiegt, der ist nämlich irgendwie auf Kaffeekränzchen! Ja, für den Outsider-Songhouse ist gut, gell! Und AFK nämlich, wenn ich AFK bin, dann nieder Metzeln! Kaffeekränzchen! Das muss ich wieder anmachen hier! Ist das nicht von Saubrit-Chinese? Ja! Doch! War doch voll deutsch, hast du doch gerade gehört, oder was? You're not in the pool! Wer will mich jetzt herausfordern? Los, 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 los! Ich muss mir jetzt mein Nextcastle organisieren! Boah! 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 Alter, trieb da unsere Flasche, aber bist du für Mädchen, ey! Ja, ja, was ist er für Mädchen? Haben wir eigentlich jemanden gegrüßt heute? Wir brauchen Musik! Ja, ich glaub... Wir sollten mal ein Mädchen wieder grüßen, oder? Die Anne! Die Anne! Die Anne! Lass mal die Anne zu! Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott! Wie sollen wir denn grüßen? Wie wärs mit Anne? Anne! Du bist ein kleines Penisbomber! Du bist guter gesprungen gestorfen! Was soll, äh, Silo, ich hab irgendein... Ich hab echt ne Stunde Aufnahme von eben, also ein bisschen mehr. Ja. Kannst du zwei Wochen was davon machen. Ohne Witz! Warum? Aha! Ja! Du machst das einfach in 240p und lädst das einfach hoch. Kopiert. In 1p am besten! Ich muss erst mal gucken, was das bei mir für ne Scheiße ist, dass du mitten drin auch in diese krassen Pixelfehler hast. Ah, ja, das ist scheiße. Und ich benutze Einstellungen irgendwie Gong, ja? Aber vielleicht hängt das eigentlich an der Grafik an. Ich probier's... Das ist der Fehler! Das ist der Fehler! Du machst das selben Beispiel irgendwie Grog. Was hat denn Grog für Einstellungen? Eine dumme Einstellung, keine Ahnung. Der erinnert mich mit Mercury zum Beispiel. Ich seh, jetzt komm, wir kriegen morgen eine Anzeige. Und damit habe ich auch mal gerendert, aber das fand ich eben mit umständlich. Nee, du musst mit Sony Vegas schneidest du, mit Mercury renderst du. Ich weiß, warum nicht die kostenlose Version von Photoshop benutzt. Ich fand das so umständlich, weil du musst ja erst eine Datei dahin machen, ne? Und irgendwie freundlich. Vor allem, weil der noch... Ich muss überlegen, der nimmt ja noch Audacity als Tonspur, ne? Der ist ja mega oldschool noch. Jungs, geh doch einfach bei Adobe.com und lade euch die kostenlose CS2-Version. Halt doch dein Maul! Wo ist denn der Spanier-Challenge? Hier kommt Spanier-Challenge. Soll man mal wieder normale Waffen machen? Wer kämpft gegen mich? Komm! Mann! Kann ich mal mein neues Schwert angucken? Ja, ja! Warte! Zeig mal nur, warte mal! Und noch nicht zuhauen, bitte! Wenn du zuhörst, du hast dich so fertig! Das sieht echt schön aus! Das sieht echt schön aus! Was hat denn das für Werte, weißt du das? Äh, bei Angriff glaube ich knapp 70 oder noch 70 oder sowas? Okay! Ist das 61? 65? Nein, das ist nicht schlecht! Was ist denn das für Werte? Was ist denn das für Werte? Okay, da lass mal was! Doch ein Sebel, oder? Das ist doch ein... Ja, das ist die letzte, letzte, wo du einen Ritter bekommst. Schapsämter weil alle! Ja, ja, schön für dich, Cheetah! Nach! Seilo kriegt auf die Fresse! 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 Oh, 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 oh! Ich werde dafür begrüßen wieder jemanden! Anne! Anne, Anne wo ist mein Bier! Ich habe aber die Folgenden ist aber auch wieder einfach nur Anne! Nein, und ich habe kein einziges Mitgemacht! Annene! Boah! Du musst aber auch so schreiben, ne? mit E langgezogen. Anne oder mit Ö. Anne. Anne. Ey, die hasst uns. Die hasst uns echt. Siehser, was ist das denn für ein... Kack. Testosteronhaufen. Ja, ja. Wir haben zu dem Bier getrunken, sagen sie dann. Ey, nein, wir sagen einfach zu ihr, wir kommen nichts an zu ihr, wir haben uns vorher das neue Kollege einfach angezogen. Nein, nein, nein. Ich dachte, das ist Nummer 3. Ja, Duell. Noch kein Duell? Nö. Was machen wir, ein normaler Fight, oder was? Was geht's denn hier? Ich checke's gerade. Ja, warum macht ihr dann eben... Oh, was hast du für ein Schwert? Das ist viel schneller als mein. Boah. Der braucht noch mehr Skill als du. Alter, ist... Das Schwert ist nicht schlecht. Boah. www.pufu. Alter, ich hätte mal «A» einen Schlag gebracht und ich wäre tot gewesen. Das ist ein Schlag. Aber die Aufnahmen hier, den muss ich sehen. Also, den habe ich schon vor zwei Treffen beenreswund. Und ich bin mit dabei. Boah. 1.000 Seiten! Fick dich! Oh fuck! Ist ja Silos-Aufnahme! Ey, was geht denn, Alter? Ey, ich hab keine Chance! Halt doch einfach's Maul! Fick dich! Ah fuck! Boah! Wie gesagt, ist ja Silos-Aufnahme! Geh doch sterben! Geh auf der Autobahn spielen! Oder spiel mit Gift oder sowas! Geh mit Gift! Weil ich's kann! Ich tanze den Gangnam Style auf dem First des Daches! Also bitte! Wie was geht neulich ist, dein Aufnahme, der kann ich nicht sagen, ich hab immer die Hilfe meiner Energiewelle, was geht mit seinem Schwert, Alter? Ich sage, das ist von mir, das macht sich viel Schammer krass! Dann auch das Pisa, wir haben auch blocken dort! Durch den Anzeigen, wie wir wollen, ist ja seine Aufnahme! Prost! Das ist keine Beleidigung! Sinn! Ich hab was verpasst, oder? Hab ich was verpasst? Ja! Ist los! Ach, okay! Ey, warte! Nein! Was geht denn bei dir? Ey! Oh nein! Ich hab keine Chance! Ich hol alle Tricks aus meiner Kiste raus, ne? Aber er kann einfach alles! Der Superlinde hat zwei Tricks, ey! Der Köpft doch auch so! Die Steiermark ist zu stark, wenn sie überrennen! Oh, 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 jetzt packen wir mal voll! Jetzt packen wir mal voll! Die ist in der Größe auf die... Hätte liegt! Okay, grüßen wir alle nochmal die... Anne! 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 Der Morgenstern war einfach zu scheiße! Der hat nicht gepasst aus deine Klasse! Es ist fast wie Stecker! Der liegt in der Löwe! Bei jeder Aufnahme grüßen wir erst mal die Anne! Einfach weil sie es kann! Warum? Weil wir es können! Doch! Weil die Anne so cool ist, deswegen! Hallo! Die Anne ist die Beste, ja! Wow! Wie versammelt das? Wir bemerken ja auch, wenn... Ob sie die Aufnahme sieht oder nicht, ja? Weil so ein englisches obszioses Zeug in Facebook schreibt, ne? Ich bin jetzt im Menü und grüße die... Anne! Weil sie dann schreibt, ich grüße hier mit den... Zeilo! Nein! Verdammte Scheiße! Ah! Kommt hier immer der andere mal ne Aufnahme, äh, ne Aufgabe, was die hier... Ah! Ne Aufnahme! Ne Aufnahme kann sie auch machen! Aber ne Aufnahme, was die andere irgendwie unter dem Video schreiben sollen oder so! Anne! Moin! Ich sehe alle, diese Scheißschild ist so groß! Die... Soll einfach mal den ganzen Trupp grüßen und das Heilos Video jetzt! Ja mindestens! Im Livestream! Ach, wir haben gar keinen Livestream schalten! Müssen wir echt mal nachholen, Livestream machen! Ja, dauert nicht mehr lange. Wir grüßen jetzt... Wir grüßen jetzt einmal die Anne! Jawohl, Anne! Ja, ihr grüßt... Du grüßt die mit Namen, doch! Unter dieses Video, ich grüße den Trupp! Ja? Ja, ich grüße den Trupp! das ist aber alle reden wir nehmen wir schon haben wir nehmen wir schon ein paar stunden auf das ist das video hier rauskommt warum alles morgen raus bei youtube hochgeladen ist und wir müssen dabei grüßt und zwar die ange die ange alter latz warte 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 ja warte Ich werde dafür begrüßen. Janne! Nein! Was geht denn bei dir, Alter? Man darf nicht zweimal von diesem Schwert getroffen werden. Was ist da dran? Gift oder was? Ja, ja. Flüssige Lava oder so? Es geht doch nicht. Ich war ja, nehmen wir mal an. Ich zweimal getroffen habe, bist du tot, ey. Fahr da mal den Silo raus hier. War's denn? Nimm mal an. Ich mag nicht gegen die Steuermachtkämpfe. Loll! Ich will jetzt mal hier Silo's da Blatt machen. Du vergisst auch mal meinen Rückschen, gell? Nein! Nee, ich hab den versucht abzupassen. Ich war zu früh. Scheiße! Ich weiß jetzt schon, was Silo morgen den ganzen Tag macht. Anne! Wixen oder Anne sagen. Oh, scheiße! Ich guck mal, was der Riptiger von mir will. Die Kämpfersgang die Anne! Ja, dich töten. Töten, töten, töten! Töten, töten, töten! Das Schlimme ist halt, wenn er seine Frau grad ran nimmt und dann Anne sagt. Töten, töten, töten! Töten, töten! Töten, töten!